Wow! Geil! Da mein Sohn eine neue Firma aufbaut, wir unterstützen ihn. War ein Fehler, aber ein Fehler einsehen ist immer gut. Ist kein Müll, ist alles Wertmaterial. Da müssen wir Gas geben. Ich hab ne Idee. Je mehr Licht malen, desto besser ist es. Der Mann ist so ein Schwätzer! Danke!